Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play I wanna be the guy, ja unterwegs heute mit und schnauze es mal eigentlich wollte ich sagen mit 1,0 egal mit Keksen aber okay, du bist auch okay Nein! Ja, wir wollten jetzt was ausprobieren, genau, weil ich weiß, was wir sagen, gerade aufgehört ist vorher also, wie die Blocks da runterfallen, die Stacheln ist auch mein Lauf, vielleicht kannst du da auch aufspringen, irgendwie halt was kann doch doch, wie die runterfallenden müssen, sind drei Löcher oben ach so, das stimmt sogar also, ich hab' ich gesehen, dass ich wahrscheinlich schon getrotten ich kann draufstehen, ich hab' und jetzt, das ist vielleicht noch lustig siehst du? ja, da war' naja, ich kann mich auch mal schalten ich hab' da muss man schnell sein, irgendwas muss man mittel sich sicher noch machen ja, vielleicht runterspringen, schießen und dann auf ihm landen so, okay, das weiß ich jetzt langsam so, vielleicht musst du dir drüber komplett sicher da ist nicht bitte hä, vielleicht musst du mir das eine Luft drüber springen, wo war es da aber nicht? oh, es ist der Weitergang da runter oder so, nö, 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 nö und nicht werden, sagt ein Mann, daß ich ihm raarịt oder so mal wäa nö, 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 nö Die ned, sagen Gud, aber einfach mal wäa jetzt haben wir das lach rüber was du nicht gemacht hast für diese sollte ich höre ich höre ich höre ich höre ich höre ich höre ich muss da wirklich drüber brecht irgendwie anders geht er gar nicht mit dem stacheltier muss man machen da bin ich mir sicher nur kommen also noch in die was passiert eigentlich was ist eigentlich wenn du einfach so auf der stadt der raussprüfung sich dann um ja ich gehe davon aus probiert und ich probiere es mal aus weil er nicht gut ich hab' Bock zu stehren das ist aber doch genug so jetzt da haaa 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 wie geht es noch was ist eigentlich da rechts ist der nutzende nur starten der musik das sein da musst du bespringen aus und das was hat er gemacht er hat mich scheinbar aufgelöst ich glaube ich muss da links rein aber das schaue es ist besäuert habe ich diese krank ich weiß besäuert hat mich besäuert ja das ist aber schwer den weg hier zu gehen ist die einzige möglichkeit oder du schießt und mit wird ab jetzt habe ich auch gerade gedacht aber ich glaube nicht dass es geht ja wenn ich schon nicht von mir um überkommen es geht aber auch da echt timing es ist auch schwer ich rede schon wieder so wen ja naja ich so okay die füßen ja wir schießen die hier unten bleiben wie schön ich glaube ich bin so komisch hinfuss damals lasse ich doch ok es war nicht witzig das war uns bin ich wieder hier oben na toll und jetzt ich auch nicht wollte ich kann sich auch knallt und ich habe sich getroffen da ist es kommt von immer weiter oben das wort die sie gehört da okay man kann sich abklappen das ist eigentlich wenn du der rechtswerter gehst du dich dabei die stacheln probierst mal was recht da reicht da wird nichts ein tolles ist nicht warum ist der hinter warum ist momentan das ist es nicht ausgaben nur so als interesse sicher das fliegt dann noch mal raus staffel ja aus dem timing die laute tötet mich soll es lau sein ich gehe doch kann es geht doch ganz glücklich hat nur lag ich hab nur lache dann darauf war wieder warten bis sie schießen und wieder darauf war solide strategie dauert zwar ewig aber funktioniert das ist schön dass man dass ich das jetzt weiß dass man da mal war ein ob gott das ist wirklich mein was sagt mir gerade das ist dann sehr eklig jetzt hinterher wieso nur was explodieren wird genau was explodieren wird weil das ist in jedem metroid auch jedem boss du mein boss muss alles kaputt muss alles kaputt machen ich habe das auch ein fehl dass man so aufgehen kann so unlogisch nächstes gehört so ja ich bin nicht gestorben nicht gestorben wir haben es gleich scherl willkommen zurück wir haben wieder darauf ja auch noch mehr doch wollen die er hat da kommt es sich wieder raus was mich so wenig interessiert wie das ist sicher irgendwo ein geheimgang der mich gerade nicht im moment moment warte mal wo geht das fische überhaupt hin ja eben da hoch aber ich habe mir das hier ist das vielleicht dass derzeit ein geheimgang gibt ja da muss mich tötest ich wollte doch nur ein geheimgang ausprobieren so wie es mir geht und ich habe mir mal ein bisschen gleich von dem spiel von einem anderen spieler angesehen aber der war nie in dem level muss aber aber brauchen muss man der breit ganz normal nach rechts kann man ja nichts muss aber der breite das muss jeden passen spielten sonst kommt man nicht durch das hat man einen vorigen party gesehen bei mir da steht man sonst einfach nur ja jetzt schießt noch einmal danke mann wie gemein die positioniert sind die dinger und dann werden sie absturzten computer breakdown mein computer ist broken down mein computer ist broken down ja der falsche in geschehen ja ich habe meine englischlehrer oder sie sind völlig egal ich habe sie gerade nicht rein ich weiß du machst es gleich so souverän ich mach's ja genau danke dass du gedrückt hast ist die schließende aufgabe diese fliege zu töten das ist doch okay nicht so schießt nochmal ja ab rennen dort gut warum nur noch nicht gehen nur es ist mir um Glück das ist kein Glück das ist geht die Stelle für die Skil im Spiel das hier nicht das ist Glück bei mir ist es Glück die Stelle aber der Rest ist wirklich geht man kann ja selber entscheiden muss ich zu sagen wo sie hinkommen die Dinger das ist schön zu wissen springen vergessen habe ich das gewusst hätte das ganze schneller gegangen man ja ja du hast doch so reich du ja kein kommentar ich möchte das gewusst hätte ich das gewusst dass ich hier stehen kann dann bin ich tot ich glaube es gibt es wieder so ein secret item wie ich es im letzten video gezeigt habe was für ein was für ein secret item sind die letzten mal wir haben etwas vergessen aufzudecken netz aufdreckt ja es geht mich noch weiter nach dem Raum zum game over ja das habe ich auch gewusst war ich schon schön dass du das warst du nicht sagst das habe ich schon dreimal gesagt auch gesagt da ist der Game Over Room und habe gedacht ja cool ja mehr habe ich nicht gewusst wie hier ist es ist völlig bewusst wie ich hier weiter kommt aber nach dem Game Over Room kommt doch weiter ja weiß ich da überspringt man den großen partespiel ich bin gar nichts was geht dann ganz normal weiter sollte ich weiß kann man direkt bei markteisen dann raus ne stimmt nicht mehr kommt genau da raus wo man raus krein gegangen ist wo ich nicht gewusst das ist ein winziger blocks kommt man wieder raus so ist es eine neue taktik ja genau warten ein abwarten es wird mir noch möglich sein ach komm schon der Bühweck Bühweck wie man ein Armando ist ja wohl ein Witz oder wir kommen nicht mal die Fehler mit ja danke keine Rückmeldung ja das war für heute sicher Leute bis zum nächsten Mal fail fuck y'all